Ich denke, wir haben ein Spiel auf sehr hohem Niveau gesehen. Aus meiner Sicht oder aus der deutschen Sicht haben wir in den ersten fünf Minuten sehr gut angefangen, haben dann so ein bisschen den Faden verloren. Wir haben uns natürlich selbst zwei Tore reingeschossen. Das ist immer schwierig, dann gegen eine starke Mannschaft wie Frankreich da wieder aufzuholen. Aber ich finde, gerade in der zweiten Halbzeit hat unsere Mannschaft sehr große Moral bewiesen. In der zweiten lagen 3-1 hinten und wollten unbedingt das Spiel noch gewinnen. Und das fand ich einfach toll. Dann musste man auch die Verletzung von Annika Kran verdauen. Und haben dann sehr viele Jugendspielerinnen auch eingewechselt. Und am Strich sind wir zufrieden mit diesem Unschieben. Ja, was heißt kleiner Horror? Ich habe einen Fehler gemacht. Aus dem Fehler lernt man. Wenn man keine Fehler macht, lernt man auch nichts. Und aus der Situation habe ich gelernt, dass ich den Ball früher wegschlagen muss, dass wir vielleicht nicht so viel hinten rumspielen. Und ja, fürs nächste Mal werde ich es versuchen, besser zu machen. Und ansonsten, denke ich, war die Halbzeit jetzt auch nicht der große Horror am ersten Gegentor. Den schießt ihr nochmal genau in den Winkel. Ich würde es gerne nochmal im Fernsehen sehen, aber ich weiß nicht, ob ich da so viel machen kann. Und ansonsten war ich anspielbar. Und ich glaube nicht, dass es das Schlechteste war, was ich bis jetzt abgeliefert habe. Und in der zweiten Halbzeit haben wir leider noch ein doofes Gegentor gekriegt. Kann man auch nicht ändern. Aber ich würde eher sagen, dass es von der Mannschaft heute gut war, dass wir zurückgekommen sind. Wir haben nie aufgegeben. Wir hätten noch das 4-3 am Schluss machen können. Und das sollte man uns heute zugute halten. Also man freut sich auch mal auswärts bei so einer Atmosphäre zu spielen. Wenn man eine ganze Wand, sagen wir mal, gegen sich hat, dann pusht einen das auch. Und ja, es war schön, war was Besonderes und würde ich auch gerne wieder machen. Wie verführst du jetzt das Wechselspielchen? Ist das für dich klar, dass du bei der EM definitiv nur Nummer 2 bist? Oder hast du einen Ehrgeiz, dich zu verwalten? Nein, Nadine hat über 100 Länderspiele, ist die Kapitänin. Sie ist klare Nummer 1. Ich bin froh, wenn ich meine Erfahrungen sammeln darf. Ich bin froh, wenn ich auf dem Platz spielen darf. Ich bin froh, wenn ich dabei bin bei der EM. Und ich meine, ich bin 22. Ich bin jetzt auch gerade so das dritte Jahr dabei und noch relativ frisch. Und ja, ich freue mich über jedes Vertrauen, das ich bekomme. Also keine Ambitionen? In erster Linie zählt natürlich das Ergebnis für die Mannschaft. Wir wollten unbedingt gewinnen und haben uns echt wahnsinnig viel vorgenommen. Ich denke, wir haben auch echt in den ersten 15 Minuten richtig gut ein Spiel gefunden. Wir konnten alles genau das umsetzen, was wir besprochen hatten. Leider haben wir uns dann durch individuelle Fehler einfach selbst geschwächt und sind so dann ein bisschen verunsichert geworden. Aber ich glaube, wie Almut schon gesagt hat, zeigt das von der tollen Moral, dass wir in der zweiten Halbzeit zurückgekommen sind und nie aufgegeben haben und dann letztlich auch fast das Spiel sogar noch gedreht hätten. Der Frauenfußball und speziell der jetzt auch in der Nationalmannschaft ist erheblich schneller geworden. Und ich glaube, das war heute auch ein offener Schlagabtausch, auch wenn noch sehr viele Fehler bei beiden Mannschaften da waren. Es ging hin und her und es war für die Zuschauer relativ interessant, was absolut für ein hohes Spieltempo zeugt. Und das ist auch im Vergleich richtig zu meinen ersten Länderspielen ein sehr großer Unterschied. Aber ja, macht Spaß. Ja, das ist natürlich, nach der Winterpause braucht jeder immer noch ein bisschen, bis er reinfindet. Der Spielfluss ist noch nicht so gegeben. Aber das geht ja jedem so. Und deswegen müssen wir da alle mit zurechtkommen. Und ich denke, für den Start war das ganz okay.